Und am Tag und Servus liebe Leute, willkommen jetzt zu einem neuen Let's Platin Run im Together bei mir hier auf dem Kanal, Dead Rising 4 steht an. Wurde ja so gesehen auch gewünscht hier von Holger und Stefan. Genau mit den beiden hier werde ich das ganze Ding auch spielen hier. Ja, habe ich eine Diskussion, da war erstmal das Problemchen hier, dass ich erstmal nicht mehr Spieler auswählen konnte, weil das ganze Ding hier unten gefehlt hat. Muss ich mal 17 GB roundabout herunterladen, dann ging es. Ja, deswegen hier mal gucken, ja, lieber Watt. Ne, das war ja diesmal ja nicht. So, dann habe ich auch wie weh, ne. Schau mal, wir werden jetzt hier mit dem Multiplayer anfangen. Ah, ja, nimmer die. Und dann haben wir den John. Schau. Und zapft es. Moin. So, stell dir Stefan. Hehehehe. Ja, bitte. So. Hallöchen. Hallo. Hallo. Wo ist Gott? Ja. Ich bin hier drifst. Ja, wozu? So. So. All die Player haben wir gesagt, ne? Ja. Also hast du gesagt, wir hatten ja keine Mitsprachersicht. Oh, super. Oh, super. Ich bin hier weg. Von dir zwei. Ja, ich weiß. Ich habe nachgeschaut. Sonst wäre ich vorbei gekommen, wenn es ein bisschen näher gewesen wäre. Okay. Ja, also bei ihr ist die da unten, ne? Genau. Ja. Aha. War ja klar. Da. Ja, du. Was? Das ist ja auch Forscherkammer. Ja, die Shotgun. Das spielt keiner. Nee, Forscherkammer. Bei dem Spiel. Nahkampf. Ja. Gut, das ist ja nur die Startwaffe. Ist ja vollkommen wurscht. Ja. Das außerdem. Äh. Ding, 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 ding. Start einfach mal. Den Rest findet man dann schon raus. So. Aber ich dachte, das muss man zu viert machen. Wir müssen eh eine Millionen Punkte. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Lange. Sag ich doch. Ah, siehste. Die Privatsphäre ist eh üblich. Also, wenn einer reinkommt, haben wir Glück. Da müssen wir jetzt aber nicht auf irgendwelchen Sammelkram achten, oder? Nö. Mehrspieler. Alle Baupläne sammeln? Klar. Nee. Alle Baupläne sammeln? Ja, gut. Nicht die mehrspieler, oder? Doch. Wo hieß geht's los? Ich bin voll aufgeregt. Wie geht's denn mit dem Selfie? Äh. Äh. mit der kamera nach oben irgendwo ist kamera ich habe kamera warte mal selbst r1 kurz hinter mich zum automaten ja ich bin ja bei dir geht es an die andere seite ja genau wo der jörg steht stoppt fliegen von mir wie geht das war er drei und dann sieben holger mich es ist das hängt schon gut an dir jetzt hat das die folge umgedreht ich wollte dir selbst wie wir stellen uns einfach hinter dich einer muss weiter links bitte ja ich bleib doch stehen ich krieg doch keine trofäle für jetzt familienfoto nach dem vierten oder fünf geht doch was ist das die gitarre braucht man die gitarre ich habe einen verstärker und hier ist eine trommel das sind zombies töten aha so wir hätten noch nachschauen können was wir alles machen müssen überhaupt hier ich weiß die steuerung gerade nicht mehr zwei schießen ich bin mein hammer nicht scheiße das spiel ist mega der feld wird aber irgendwann selber den raffenbau dann ist das echt gut da war auch so ein bisschen mag ich mal auf Was wirst du denn überhaupt machen? Da vorne ist so ein Gagodurken-Fall. Was war das? Was war das? Meinst du meinen Special Move? Wie geht der? Der wird dir angezeigt sobald. Wie kriegst du einen Fleischbrocken? Warte mal. Ich hab nen Ratu. Ich brauch nen Fleischbrocken. Ach wie wie? Warte. Ich vertufe grad ziemlich. Ich hab aber keine Waffe. Also hier. Oh ja, macht nichts. Ey ich hau die alle platt. Au du hast nen Fleischklopper. Rot ist meine Farbe. Rot ist meine Farbe. Was ist das? Geil. Was ist das? In einem anderen Leben warst du wohl mal ein Rasenmäher. Oh cool. Ich will auch irgendwas aufleben. Oh das ist ne Pistole. Was hab ich denn da? Das würde ich haben. Geil. Was ist das? Oh ich hab nen Schallplattenwerfer. Was hab ich da? BAM 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 BAM. Einmal tote Zombies. Kommt sofort. 50 Zombies töten. Oh hier ist ne Pistole. Oh das ist das Heilspray. Oh ok. Heilspray. Ja. Das ist ja langweilig. Boah. Was ist das voll ja? Ne äh. Wir haben schon nen Haufen gekillt hier. BAM 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 BAM. Ui, ich bin tot. Cool. Hoppala! Wo bist du denn? Äh, weit weg. Guten Abend, Skiller! Hi, Skiller! Hier ist ein Friseur-Salon. Was haben wir da? Oh, hier ist ein Schwert. Aber es stimmt, es gibt ja alles. Das war knapp. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ich hab ein Exo-Suit. Hahaha. Das war knapp. BAM BAM! BAM BAM! Jetzt mal was. Fingrin-Mask jemand aufsetzen? BAM BAM! NEIN! Ich hab einen Endlingsbums hier. Ich bin da, ich schnetze mich grad durch. Kann ich mich ja doppelt so verstecken. Äh, wo bist du denn jetzt? Ja, direkt vor dir! Achtung! Okay! BAM, Level 2! Oh, ne Eismaschine! Jetzt geht's los. Ah, da können wir Waffen machen. Wow. Gibt's für, ähm, Multiplayer extra Herausforderungen? Oder sind das die gleichen wie im Solo? Ey, ich schnetze alle mit meinem Exo-Suit. Bist du schon wieder down? Ne, das ist leer. BAM 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 BAM! Da hat er einen Schutz. Ich muss ja, das ist mein Weiz. Ich rette dich! BAM! 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 Achso, das bist ja du! Oh, da ist das Schwert. Da ist Excalibur. Oh nein! Jetzt habe ich das Schwert. Und was ist? Ah, okay. Ah, Pling! Ich setze. Eine ganz neue Welt. Das hast du jetzt schon wieder gemacht. Das würde ich als Punkt ausgeben. Also ganz, wenn du auf, auf, äh, Dossier gehst, oder auf Prüfung eines ganz rechts Mehrspieler. Das hast du dann auch schon was tun. Ja, ich steck euch. Meine Eismaschine. Prüfung Mehrspieler. Dossier und dann ganz rechts bei Prüfung eines Mehrspieler. Da musst du auch alle machen. Bosse erledigen. Ja, 25 Stück, ja. 50. 25. Für die Trophy. Wie viel Trophy? 25, aber für alle Prüfungen 50. Bling! Eine ganz neue Welt. GZ! Danke. Oh, eine helle Bade. Jetzt geht's. Das ist alles erspielbar. Das ist echt gut. Oh, ein Hammer. Ding, ding. Hammer. 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 Hey, weg da. Meiner. Hey. Ich hab' ne helle Bade. Ich hab' ne helle Bade. Oh, Jörg. Hä? Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Weiß. Oh, Mann. Das ist ein Schwert. Äh, das geht nur um den Exosuit. Das hatte ich ja gerade. Oh, pass. Jörg. Willst du bei mir einsteigen? Dann können. Oh, da ist doch der Rollator für dich, Jörg. egal ich habe ein doppelschwerter das war aber weshalb ich gesagt habe nach unten drücken kann ich nicht die t-shirt kanone die nehmen wir doch auch gerne hier ist ein schneemann die zahl schneller ganz jetzt 1000 punkt ist scheiß wie hin ja ja ich auch nicht hat so ein schneemann getötet 1 5.000 punkte bei mir ist zu spät 5000 punkte von popo so schweinerei beim beim auf die fräser Na, wer bist du denn? Ja, ich habe mich nicht zu fressen und so weiter. Ja, genau. Am besten ja, wenn du... Na, bis 9 Uhr dann einfach wartest. Und dann durchrennst. Ja, die kriegen wir schon hin. Wir müssen ja eh einen Haufen mehr Spielerscheiß machen. Habe ich gehört gesehen. Hier ist nochmal so ein Schneemann. Hilfe! Ja, ist übel. Also mich hat er gekillt. Mich nicht vorher mit meinem Schwert und Schild. Oh, mit Schwert und Schild. Ja, Dark Souls und so. Oh, gehen wir, oder? Wohin? Ja, ist ein Wunderstupf da. Wir checken die Spiele nicht, Jörg. Ich muss sonst... Äh, ich auch nicht. Ich spiele heute keine so viele Spiele aus mit euch. Stefan läuft schneller, wie ich fahre. Ja, äh, Chemieanzug gibt's auch. Ja, äh, Chemieanzug gibt's auch. Der Dicke. Ha. Ja, weil du dich wieder rauskallt hast, werden Jörg und ich alles töten. Geil. Auf Horst zu achten. Ja, wo haben wir da? Was? Bilder ohne Drachenköpfen, okay. Moin, Hopi. Ich glaub, das ist jetzt eigentlich ein Trophy. Nö. Aber da will ich den Punkt geben. Nein, das ist ein Schwert ist nämlich. Oh, jetzt geht's ab. Ja. Das ist so blöd. Jörg, ich komme da. Ah, 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 ah. Ich will mal den Bauplan finden, wenn wir irgendwas geiles bauen. Äh, 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 äh. Oh man. Äh, 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 äh. Ich mag das Geräusch dazu, ist dann auch einfach geil, gell. Hey, dass ein Kinderfahrer ist, will ich haben. Raus da, schnell. Ihr werdet angegriffen. Immer zur selben Scheiße. ich habe ein zombie in den pingelmaske was war das hier Ich hab so Skanga erliegen, übel zum Putz. Oh, die Brissbaumspitze. Ach so. Das vergesse ich mal wieder. Ist das hier? Da, 14 Meter. Ich schaue auch mal, ob ich ein Foto machen kann. Ja, ich denke, hier ist das. Okay. So. Also ein Bildli hab ich schon mal. Vielleicht brauch ich ne Waffe. Der Bauplan. Das ist so. Für den Kindermäher. Das ist cool. Hab sie den Bauplan auch gekriegt? Was? Ne, wo ist der? Ich hab da drin. In dem Haus, wo du das Foto gemacht hast. Warte mal. Ich check die Karte gerade nicht. Moment, ich geh mal. Da rein. Einfach durch. In der Mitte auf dem Tisch. Kommst mal hier. Hier. Hinter dir. Holger. Falsche Richtung. Ich seh den Bauplan aber nicht. Wo denn? Du bist der auf dem Tisch. Hier. Ich seh den da ein Kochmesser. Oder beim nächsten. Auf dem nächsten Tisch. Also ich hab keinen gefunden. Du bist doch falsch. Ach hier. Da ist es. Kindermäher. Grasenmäher plus Kinderfahrrad. Boah. Hier ist ein Katara. Hier ist ein Katara. Wo hast du euch da? Äh. 25 Kills da mit hier. Stichwachen. Wie komm ich denn jetzt zu euch da rein? Irgendwas mit? Wie gut. Wie gut. Das kriegst du ja hin. Das ist ja gar gar nicht gut. Boah. Wie hinter dir. Ich weiß nicht wie ich da zu euch reinkomme für den Bauplan. Wo bist denn du überhaupt? Äh. In einem Haus. In einer Burg. Keine Ahnung. Ja genau. Da in der Mitte. Komm mal. Ich komm zu dir. Bleib mal da stehen. So. Jetzt gehst du zurück. Hier zu mir. Schau mal. Ich bin hier. Guck. Ja. Kannst du mich sehen? Ja. Okay. Hier auf diesem Tisch darf dein Bauplan liegen. Da. Wo ich jetzt drauf bin. Ja. Da können wir den ja gleich bauen. Ja mach doch. Nur ich weiß grad nicht was man noch als zweites braucht. Das Kinderfahrrad. Weil es Kindermäher heißt. Was? Oh mein Gott. Nan 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 nan. Du musst ja mal in den Moment. So. Nan 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 nan. O je. Wir haben ja gute Besserung. Ne Hopi. Äh. Ja. jetzt auch später den raketenwerfer wurde dir das ding bauen die ganze scheiße bauen kannst das ist sogar hammer ein lauf oder hier ist doch hier ist das kinderfahrrad ich fahr mal kurz zum rasenmäher genau musste nur nahen die mann an der liegen oder im inventar haben aber die steuerung das macht ein viereck warum passiert doch hier kannst du dann auch später irgendwie voll die geilen waffen halt bauen was den ganzen bauplänen das ist einfach witzig am besten auch von der reine aufschreiben welche das wirklich noch nicht hast ist so eine tolle checkliste dabei bin der profis welche probleme du hast kannst du das sehen oder du musst irgendwo noch vertragen immer die gleichen pläne aufheben da müsste auch ich brauche eine waffe nein falsche taste lassen wir eine zucker stange wieso hält ihr nicht so viel aus k kann mir mal irgendjemanden zoll mit den fäusten bis sie vor kloppen durch ein fleischbrocken in der hand jetzt haben wir mit dem fleischbrocken glaube ich ja ich habe die mission auch fertig macht was ich mit dem drachen kopf habe ich so lange ich finde nicht ich weiß wo er sein soll aber außerdem bin ich beschäftigt er muss ja hier sein ach da oben hängt er oder ja ich habe ihn schon weit weg dann zoomen mit der kamera ja geht aber gerade nicht das zählt hey da kommt jemand rein level 100 was müssen wir denn zu viert machen ich hab's ich hab's ich habe das foto gemacht du hast du was wir machen muss weiß ich nicht ich hab's Und dann so pjuu. Ach, Jovi, du gar nix. Ich hab... Das ist geil. Ich brauch' so ein bisschen zu viel auf einmal. Schau mal her, Jörg, ich zeig dir mal, was willst du. Oh, da hinten ein Elektro. Ach, hier, das sind diese Grenze, ne? Ja, voll geil. Der andere. Der wie hundert, der startet durch. Ach, scheiße. Ich leg mal hier wieder rum, hier. Ja, ich such dich. Wow. Ja, der liegt beim... der liegt wieder hier. Jo. Verhaltet euch ruhig. Ich such' euch einen Schlafplatz. Ah, da geht. Was das ist? Ich hab' die Combo gemacht. Du, mein Fehler. Oh, das ist so'n Scheißviech. Ich wollte diesen riesen Lolli haben, aber der geht nicht. Ja, ja, ja. Ja, toll. Was ist das für'n Scheißviech da? Äh. Dieser Lebkuchen? Das sind wohl viele von den... Reiß dich zusammen. Okay. Jo. Ich hab' nichts getan. Irgendwie direkt... Stuhl. Stuhl. Hör dich nicht auf! Du stehst im Weg! Wohin? Keine Ahnung. Ach da, ach da, ach da. Jetzt geht's los! BÄM! Da oben. Ich hab' mir die Nektung hochgeholt. Ah, da ist's gut. BÄM! 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 Äh, hier die Treppen hoch, oder was? Hier ist Wahn, ja. Oh, geil. Kann ich mit dir schießen auch. Ich weiß aber nicht, wie jemand da hinkommt. Also, ich bin ganz woanders wahrscheinlich. BÄM! 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 Das wird mir ja hier oben angezeigt. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Oh, oh! BÄM! 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 All this love to give heißt der die Trial. Oder vier Spiele wars. BÄM! 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 Last Trial ist das. Blablablablabla. Ah! Drei verschiedene Spieler. Heilen am gleichen Tag. Wiederbeleben oder heilen? Heilen. Das war so ein Heilspray Ding, oder? Ja. Okay. BÄM! Ich hätte jetzt ganz gerne meine Punkte noch verteilt, ja. Geht erst im Spiel. Na gut, der ist Level 100 und rennt ja nur durch, also von daher... Irgendeiner von den Anwesenden im Chat hat auch das simpel Spiel auch, wo man dann zur Not später mal sagen kann, ja. Ja gut, ich habe jetzt halt den Heiltyp genommen mit Heilspray am Anfang, vielleicht geht's gleich. Ja, du musst ihn ja heilen. Ich glaube nicht, dass das zählt, wenn der volle Lebensenergie hat. Nee, muss Schaden haben. Das habt ihr ja gleich. Boah, ich trinke gerade hier Effekt Zero. Das schmeckt echt geil. Ja. 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 Aber... Etwa... Mit dem Sing-Imыхlikar sozusagen und dem Automaten kannst du dir deine Kombi auch nicht machen. Ich habe einen Gesundheitsdrang. Ich sage, rediz... Connor, spart dir das für später auf. Oh, Zero! Wie geil ist das denn? Den Anzug möchte ich. Hier, der hat schon einen Schaden. Den kannst du heilen? Den Onkel. Ja. Wo? Da, den Onkel. Gut. Du brauchst nur noch je zwei Schaden. Du sagst's gleich. Hey, weil fahren wir dran, das machen wir schon. Ja. Lauf einfach vor mir her, das kriegen wir hin. Das Problem ist ja trotzdem, der wird jetzt durchgehen und... Ja, aber den hab ich ja jetzt schon geheilt. Du musst ein Foto für mich machen. Es gibt gute Gründe dafür. Mach schon. Ach, hier ist eine Bärmbombe. Ja. Wieso müsst ihr die? Ja, ich denke es sind. Und zerstör ich die? Oh Mann, die Zombies sind immer die besten Sachen für mich. Ach, geschafft. Die haben wir drauf geschossen. Warte mal kurz, ich kassiere mal kurz Schaden. Äh, ich denke gerade den Heugang, ich denke gerade den Schaden. Na komm. Hallo? Äh... Jetzt! Okay. Ich hab Schaden. Ich hab dich schon geheilt. Vielleicht gibt's die am Schluss. Ich hab definitiv auf alle drei geheilt. Ich hab den Jörg nochmal kurz. Bei dem hat sich das liebste angezeigt. Äh mach nochmal. Hier ist noch eine Bärmbombe, aber ich... Ah, hab einer. Moment. Äh... Wo? Das ist doch kein... Das warst schon da. Jetzt hat's was angezeigt. Sehr gut. Hast du das? Hast du das? Trophy keine. Nee, Trophy ist auch keine. Nee, Trial. Ne, Trial. Der Herausforderung. Hier habe ich. Hier habe ich. Hier habe ich. Wie hast du jetzt? Ich hab jetzt 1000 GP gegeben. Ja, genau. Das ist der einzige Grunde, was jetzt immer viele Spiele brauchst. Ja, dann nimmst du dann nachher auch einfach den Heilschieb? Ach ja. Das ist nur ne Idee. Hä? Ja, ja. Den Heiltyp. Was muss ich hier machen? Ah, wieder ne Bärenbombe, aber ich hab nichts zum Schießen. Ah, hier ist ein Kopf. Foto. Das war mein mächtiger Tritt. Mächtiger Badaboo. Äh, hier ist ein Bauplan bei mir. Du musst etwas für mich zerstören. Sehst du? Ich suche nur. Ey, ich hab gerade keine Übersicht. Ich werde es erledigen. Wir müssen dann, glaube ich, sowieso noch mal allein durch. Wow. Äh, ja. Hab ich. Danke. Hier ist mein Sammelding. Ein Trainingsanbuch. Hier auf der Ecke da. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Wahrscheinlich schon. Wie krieg ich die am Boden liegenden Zombies kaputt? Äh, hinlaufen dreieck. Scheiße. Mir fällt gerade auf, ich hab gar keine Weihnachtsgeschenke. So. Das soll's zu Weihnachten sein. Ich hab Blut ja hier heute. Vielleicht will Hamel das hier haben. Ui. Merci. Gumpf-Axt. Ja, genau. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da Namen haben. Und die andere drauf hier ohne Waffen übrigens. Da wartest du echt nur ab bis 1.20 Uhr. Bis die Soxin vorbei ist. Und dann rennst du durch. Ähm. Wie benutzt man das erste Hilfespray? Ähm. Hast du eins? Also ich hab grad zumindest eins aufgehoben. Und nach rechts? Also Pfeiltaste nach rechts und dann, äh, erzog. Warte mal. Dann. Ja genau. Jörg. 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 Hat's mir angezeigt, dass du mich geheilt hast? Och. Erstmal der Onkel. Weil der geht mir auf den Keis. Heilung? Ne, jetzt stand der Heilung. Warte mal. Ja, das muss dran stehen. Ich bin hier, ne? Nicht der Zombie. Also ich glaube, das hat gezählt. Hulsung abgeschlossen, ne? Ja. Ja. Lass es ihn doch lassen. Das Heilding. Ich hab nur noch einen Punkt. Ne, hier kann ich gerade nicht, leider. Oh, boah, ist die Dunkel. Eih, hier ist noch. Ne. Ich geh den Waffen wechseln. Ist das ja noch. Boah, krass. D-Pad links, rechts. Da kannst du unten über deiner EP-Leiste hin und her switchen. Ja, aber du kannst, du kannst mehr Waffen aufnehmen irgendwie noch. Ja. Ich glaub, das muss das Spiel. Also mehr als die drei. Mit dem richtigen Waffenrad und so. Oh, das sind wieder meine geliebten Feuerwerksraketen. Ich will auch wieder mit seinen Geilen. Ja. Ja. Wenn wir Zombies in Brand stecken, fühlt sich das echt festlich an. Ist immerhin Weihnachten. Aber die Fahrzeuge, was du dann später noch modifizieren kannst auf den Jäger. Ja, ja, alles. Auch die Waffen. Toxische Takedowns. Was ist das? Kommt schon, Mädels! Da ist der Honigtopf! Ah, cool. Was ist das? Was? Leutkistole. Ach, hier ist dieser Hammer. Für die Nebenmission. Jörg, da wo ich bin, ist so ein Spray. Ah, ich komme. Ey, aber ich hau ab. Oh, ich bin da an. Ja, ich bin da. Moment. Wegen den... Ich habe so einen toxischen Scheiß und bin getrunken. Ich bin da! Wo denn? Wer diesen Monat die meisten Zombieskills bekommt, ein Zwei. Ah, ja. Der Brach-Unterschlupf. Ach, ich bin da. Aber ich bin voll. Ich gehe mal schnell. Ich fliege aus dem Boden. Ah. Jörg, krieg mal Schaden. Ja, ich bin dabei. Okay. Mich hast du beeilt, ne? Ich nehme es mal an, ja. Aber bei ihm steht zumindest Heilung dran. Bei dir weiß ich es nicht, Holger. Ja, dann komm her. Ich habe noch... Stop! Oh, ist das andere Affe da wieder? Nein. Hm... Fleischwerfer... Fleischwerfer... Ich habe jetzt auf jeden Fall das mit den Hammer, die Nebenmissionen gemacht. Stop! BAM! Aus Hilfe Granate passt. Und wieviel Zombiegedärm-Cremium an dir? Boah. Ich liebe es, die Machete. Und ich musste mal meine Punkte langsam verteilen. Was ist das denn da? Oh, hier ist eine Panzerfauste. Hahaha. Wuuu. Also, ging es halt wirklich nur mit den vier Spielern wegen das mit den Highspray, ja? Geil. Und das heißt, ab jetzt können wir dann quasi geschlossen machen und in Ruhe zutritt, ja? Ganz genau. Dann können wir nachher auch... Ja, mach ich die Lobby dicht. Ja, mach ich die Lobby dicht. Ja, ich mach sie dicht. Hahaha. Ja, ja, ja. Einfach, äh, wir gehen dann einfach raus, weißt du? Also, wenn wir die Mission fern, dann gehen wir einfach raus und kicken den. Oh, der Klassiker Baseballschläger. Die Machete ist das Beste. Vor allem die OT, wenn du die Machete voll in die Kräse rennst. Nein, das schiebst du schmeißt. Ja, ich, ich habe hier einen Faustkampf gegen einen Wichtel. Komm her, Liebkuchenmann. Bam! Ist der tot? Ja. Wegen der Ulti. Oh, der EXO-Anzug, und den hat keiner genommen. Warte, ich muss kurz aus gucken. Ihr braucht einen Schlafplatz. Ich such euch einen. Geil. Nee, Stefan. Ja, ich muss aus gucken. Ey, wo ist der Gegner? Guck dir, ein Shaker. Ah, 10 mal wiederbeleben. Ja. Hättet ihr gerne bei der Arbeit zugesehen. Da ist ja der Unkel wieder. Oh, ich bin nicht gut. Ja, also bei den, bei den, ähm, Mehrspielern wie selbstlos. Ja, beschädig dich. Heide 3, verschiedene Spiele an einem Tag. Warte, was? Hab ich. Wie selbstlos, heißt die Herausforderung. Heide 3, verschiedene Spiele an einem Tag. Hab ich. Hä? Aber wir haben doch auch geheilt. Ja, ja. Kann ja sein, dass ihr die auch habt. Ich wollte jetzt nur eben nachschauen. Oder gucken, ob ich nachschauen kann. Ne, ich meine die Trophäe, wenn das eine Trophäe gibt. Also der will nicht. Nein, es gibt keine Trophäe. Ist nur eine Herausforderung. Achso. Komm mal hier rein, Heide. Ich bin doch hier bei Mirk. Ah, dann ist der andere noch nicht durch. Hm. Okay. Warte auf andere Spiele. Nö. Komm mal rein. Achso. Ah, das finde ich jetzt so wie... Ah, warte mal, bevor wir hier rausgehen, äh, raus können, dauert ja eh ne Minute, ne? Nee, so viel Zeit hab ich nicht, und das weißt du auch. Äh, nein. Aus den besten Zombiesplätzen. Bereit? Ja. Ich hab 10 Fähigkeitspunkte oder so, die sollte ich langsam mal in den Kinn nehmen. Jaja, ich weiß auch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Äh, am besten erstmal auch Stumpe Waffen. Weil du findest, äh, Stumpe und halt Schnittwaffen. Weil du findest Schusswaffen seltener. Dann macht das ein bisschen Nahkampfwaffen. Ja, zumindest hab ich das halt so in Erinnerung. Ja, ich weiß nicht, dass ich das nicht anfangen muss. Können wir schon loslegen? Oder nicht, was wir tendenziell da überall auch so die Basisdinger holen? Keine Ahnung. Weil Heilung gekauft ist ja auch nicht mal so blöd, ne? Habe ich auch schon. Und einen Heilungsslot mehr habe ich auch schon. Äh, Heilungsslots hab ich 3. Also keine Ahnung. Oh, das ist so ein Zombie, den wir haben. Was? In dem Schwiegessen, Zombie? Ja, so ein Schneemann. Aber was die Bosse sind, weiß noch keiner, oder? Weil der ja Bosse kill muss. Töne 10 Freshies habe ich 5 und 10. Oh, ich liebe die Bulldog. Bam, bam. Oh, du sagst ja jetzt. Das ist ja so. Das ist ja so. Ja, ich bin auch gleich down, ich solle mal langsam entdecken. Da ist der EXO-Anzug! Das war's nicht. Verdammt. Ich muss die Waffen halten, am Anfang hat er auch nichts aus. Ja, bis halt, das geht's nicht. Die nehmen ein, was wir jetzt besaufen. Nach unten. Also, steu kurz nach unten. Ja. Ah. Lachen wir runter, Rodin. Der ist irgendwie hoch, hä? In der Gegend ist zu viel Feindaktivität. Radier sie aus. Oh, ich habe irgendwas... Ach ne, das war ich gar nicht. Ein Haufen Babys. Prüfung abgeschlossen, keine Ahnung was, aber ich hab... Ich hab den Arsch gerettet, halt. Ja, du? Ja, ich hab den Stimmer verpflichtet. Der lebt aber noch. Ja, ja, ich bin nur angehittet. Ich bin dann auch weggerannt, weil ich halt nur noch 50 Leben hab. Ja, ich hab auch nicht mehr viel. Ich bekomm aber gerade meine Ulti auch nicht voll, dass ich den killen kann. Da hab ich mich selber geheilt. Ach, ich bin down. Ja, der Onkel hat's mir gerufen. Ich weiß nur nicht, was wir machen müssen. Wir erwarten meistens. Oder der Onkel wird das schon machen. Äh, ich bin jetzt hier gerade mal in dem Emissionsziel, aber deine hier gegen die Massen hier ist ein bisschen schwierig. Ich hab keine Waffe. Nix gescheitzt. Ich hab einen Arsch. Ich find den Weg dahin nicht. Hallo Baseballschläger. Mit dem kann ich immer mehr zu viel anfangen. Ich hab nen Snowboard. Okay. Das ist cool. Holy moly finde ich wieder. Ah, ich bin da. Ich auch. Aber ich hab nur vollste. Ich kenne Schläger. Bam. Ei, 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 ei. Baseballschläger. Jetzt geh ich los hier. Ja. Wo seid ihr? Tom. Ein homerunner. Ja, bei den Emissionsziel? Ja. Moment. Guckst's da hoch. Alter, die Ulti mit dem Baseballschläger ist einfach nur geil. Hier ist ein Bauplan. Moment. Ich komm. Sag mal da. Der Onkel? Ach genau, du musst die machen, was du hergestellt hast, nicht die Baupläne. Dann musst du alles einmal herstellen. Gut, das kannst du ja später machen. Moment. Ich hab'n Soul-Gebächer. Ich hab'n Minigun exzessive. Oh, ich hab was gefunden. Äh, hier. Am Rand vor dem Tisch da. Am Rand vor dem Tisch da. Äh. Bist du wo oder bist du gelb? Ah, verdammt. Wo? Da, da. Da. Musst du im Wehrspielermodus jedes einmal herstellen oder auch im Wehrspielermodus? Das ist übergreifendes Wurst. Okay, dann. Das ist kein Wurst. Das ist kein Wurst. Okay, dann. Das ist kein Wurst. Okay, dann. Das ist kein Wurst. Das ist kein Wurst. Du hast keine Wurst. Das ist kein Wurst. Du hast kein Wurst. Du hast kein Wurst. aber im normalen spiel geht es halt trotzdem gefühlt noch mehr ab ja aber da ist es entspannter wenn du irgendwann mal gut auskennst dann ist das was ist denn mit meinem blöden charakter gerade los da bleibt überall hängen alle spieler müssen ja hier zu kommen da ist er mit totem kopf mit schwert ja genau der onkel hat ja auch verspürt Was ist das von der Waffe? Nein! Schlieg doch mal rum! Hey, der soll nicht den Schwul nehmen, der soll sich aufheben. Ja, ich bin ja auch der... Dann mach das nicht, von euch. Alles geht. Ey, kann dieser Blöde bloß mal stimmt sein? Hey, fuck! Ich muss mich mit dem Weihnachtsdauer kriegen. Ja! Nicht auf mich! Wir verkloppen uns selber und nicht den Platz. Teure Einkäufe. Null! Ah, reingeh! Ja! Was? Hallo! Hallo! Ja! Danke! Hör auf! 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 Ja, der soll ja nicht. Da hinten, oben unten! Warte Stefan, ich komm! Ich weiß nicht, ob ich richtig glaub. Stefan, hilf mir! Ich würde mir nicht hinterherlaufen o- deiner Stelle. Hör auf! Hilf dir! Wui! Das ist falsch. Ich hoffe, ich glaube richtig. Ja, das ist ein armen Mann im Rollstuhl, wo ich alleine. Ja, lauf mir halt nicht immer hinterher, aber du weißt genau, dass ich keinen Plan habe, wo ich hinlaube. Aber ich will was, und der Jörg sagt wieder nicht. Ja, ich will nicht da. Ah, was? Ist sie falsch, oder? Gut. Ja, aber da braucht ihr die Karte. Ich hab's nicht falsch. Ich hab's nicht falsch. Hey, fick es, Mann! Hau ab, da! Hau ab! Hau ab! Hau ab, da! Hau ab! Achtung, es bleibt nicht mehr viel Zeit! Ein Flammenhelm habe ich auf dem Kopf! Nein, nein, nein! Geh mir doch! Wenn du jetzt noch einen Dönerhelm hast, alter! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ab! Ab in die Pizzas! Und der Zuckert habe ich noch nicht gekriegt! ein auflässiges tageslöck ja nice, 3 Toreen so muss das vor allem wenn jetzt keiner dabei ist der irgendwie die ganze Zeit vorrennt dann können wir auch noch ein bisschen dran gehen natürlich flott, aber nicht so jetzt einfach nur durchführen wir müssen alle Baupläne finden da brauchen wir eh einen Guide noch dazu nehmen wir müssen 50 Bosse killen wir haben ja einiges wir können da ganz entspannt rangehen du musst dir einen Haufen Zombies auftöten ja, das sowieso ich geh immer ganz entspannt wie ist das mal los? wie ist das mal los? oh boah ich hab mir heute alle alle Lego Spiele wieder runtergeladen die ich hab äh ich hab das auch immer und dann spiele ich eins und nach diesen einen Lego Spiel hab ich dann immer die Schnauze voll die sind gut, aber irgendwie reicht mir ein Lego Spiel und dann brauche ich wieder ein, zwei Monate Pause gewonnen ja Schauen wir mal so, Sitzungsoptionen privat ich bin da vorweisen, ich kippen ah ja da, rauslaufen aber danke Onkel, durch dich haben wir schon mal das Nervige ähm, Holger? ja Montag Montag, Vormittag was heißt bei dir Vormittag? zwischen 8 und 12 perfekt dann werde ich wahrscheinlich so um halb neun, neun na, ich sag mal halb neun und wenn ich weiß, du kannst um acht dann bin ich spätestens um halb neun anlesen ja perfekt gleich für euch noch ein bisschen Haushaltung ja, Tito und da ist meine Kleine dann im Kindergarten weißt du und dann komm mal, ich wusste am Montag und Mittwoch arbeitet meine Frau ne oder oder ah ja wer die andere Option ist gewesen weil am Montag und Mittwoch arbeitet meine Frau und die Kinder sind im Kindergarten dann können wir immer am Montag und Mittwoch mal machen ah ok äh, fix eine rauchen ja, komm mal, ich war oh, ja, weil Gesamtausdauer erst mal 25% erhöht ja, komm mal ach, wir sollen drehen müssen noch drei weitere Missionen abschließen doch gleich die andere Tobi dann probieren mit dem einfach durchgerennen dann bis 9 Uhr also nichts killen nur Nahkampf ja, einer halt, oder? warte mal, nur Nahkampf heißt das eigentlich äh, nur Freuste das kann ah, also kein Basebeschläger oder so nein nein aber es geht ja mal einfacher wenn du schon bei dem Spiel starten irgendwo wenn du dich eine höhere Position verkriegst wo die Zombies nicht hinkommen wartet bis 9 Uhr dann geht der Unterstupf auf ja durchrennen, abschließen beim nächsten Tag genau das Lelche also du willst dann so gesehen gar nichts null ja, ok können wir probieren können wir mal machen, ja na gut, dann machen wir mal fix ein Bibi-Bollchen, ne? ah ja dann bis gleich oh, bis gleich ja dann bis gleich Vielen Dank. 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 Danke. Ah, es ist wie den Auffolgen da. Ja. Okay. Die müssen wir auch hin. Die müssen wir auch hin. Okay. Das ist... Das ist... Okay. Also... Okay. Okay. Das ist... ist... auch leichter, wenn... Und... Das ist... ... 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